Dobre Vecher, Patsani und Diefchonki! Сегодня будем wir gerade Final Fantasy 12! Давайте! Okay, okay, Leute! Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XII mit mir in den Startups und wir spielen mal wieder eine Runde Final Fantasy XII. Ist das nicht irgendwie komisch? Ha! Eigentlich nicht, oder? Eigentlich, äh... Ja, okay. Wollen wir mal lieber hier einfach mal weitermachen, ne? So, wir befinden uns momentan in der Hafenstadt Ballvonheim und wir wollen jetzt einfach mal zu den lieben Ridders und dazu müssen wir einfach wahrscheinlich quer durch die City und ich hab, glaub ich, mein Mikrofon immer ein bisschen gehauen, aber egal, alles gut. Ich hau gerne mein Mikrofon, denn mein Mikrofon kann das vertragen. Ich mein, es ist employiert hier. Es ist so dick wie ein... dickes Ding eben, ne? Also genau so dick ist es. So, dann wollen wir mal schauen. Trödler Arga. So, mein lieber Trödler, du hast leider nur Crap unten und daher nichts, was mein Herz begehrt. So, aber da hinten war, glaub ich, irgendwas noch mal mit... Hm, Gambits oder mit Techniken gab's... Ich glaub, da gab's viele Sachen. So, äh... Ich find immer diese Seitenlehne da in meinem Stuhl immer besonders interessant, ja. Das Ding ist so halb irgendwie... Ja. Ähm, rausbrechen könnte man sagen. Okay, so schlimm ist es hier zwar nicht, aber, äh... Es löst sich immer ganz leicht so von der Seite und ich muss es immer wieder von der Seite dann reindrücken, damit ich wieder zufrieden bin, weil... Boah, ich kann sowas einfach nicht leiden. Naja. Genauso wie ich diesen Stuhl, auf dem ich jetzt einfach nicht leiden kann. Und ich kann es einfach nicht genug, äh... Mehr auf genug erwähnen. Bis ich irgendwann mal vielleicht einfach mal per Post oder so... Ha, 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 ja. Ja, ein Stuhl mal geschenkt kriege, genau. So weit kommt's noch. Ja, ja. Na, kann ich lange, lange weiter träumen. Wache schiebender Pirat. Ach, du bist Reddars erwartet dich. Reddars Residenz betreten. Benimm dich ja ordentlich, kapiert? Papa Schope. Wache schiebender Pirat. Ich bin ein Katarakt. All engines stopped a sudden. Becalmed. Trouble mit einem Mist, dick als death, es ist. Die Seas sind jaart. Ich erwähne, Airship Trouble, nicht eine Flucht, mit den Wäden. Tell me of what happened in Girovegon. From the lay of your eyes, I measure all did not go well. Cid. Was he false, as I feared? Yes, but we may have caught a glimpse of his true intent. We may now know what it is that Cid searches for. So the day affected Nethasite was only a fragment? And these, Ocuriai, know not and care to know even less. If we strike this Suncrist with the sword of kings, no new stone may be born. We say the Suncrist is the source of all Nethasite's power. If we might break it, the Dusk Shard would be as a thing lifeless. As for the manufactured Nethasite, who can say? There's another way. We use the treaty blade to cut a new stone from the Crist. Use that to fight the Dusk Shard and the manufactured stones. Would you like to know the best use of Nethasite? Will or nil, I'll tell you. You pick it up and throw it away. Either way, we have to find the Suncrist first, right? Don't we? Across the sea, and a tower on a distant shore. Rethis? Familiar words, Vaan. I saw something of the sort written in some documents I chanced upon during my visit to Draclaw. The Naldoan Sea, the Rydrana Cataract, and the Feroz Lighthouse. I sent my fleet to fish out the truth behind these words and caught trouble. Then proof is ours. This lighthouse on the Naldoan Sea is the tower on the distant shore. The strong mist that becalmed your ships is a grimmer yet clearer sign than any we might hope for. The Suncrist is there. All well and good, but how do we get there? Those seas are in Yacht, as I recall. Try putting this one in your ship. It is a skystone made to resist Yacht. More spoils from the Draclaw labs, is it? Why not use it yourself? That's just the thing. My ship's a Bajurban model. It will not work. But should it fit the Strahl, she'll fly in Yacht. Lady Ash, I would accompany your highness if you do not object. I am in your care. But tell me one thing. Why do you so much for us? The Nodis Deadlands. Nodis was your home? Nay, but a memory forever burned in my heart. Reddus ist als Gast hinzugestoßen. Welcome, Reddus. Ah, du bist wieder. Hier war ganz schön was los. Kannst du mir glauben? Die Piraten, die das Richtfeuer untersuchen sollten, sind abgesoffen. Zum Glück war die gerade, war gerade eine Truppe, Gruppe, Fischerboote in der Nähe. Die konnten schnell zu Hilfe eilen. Der bodenlose Katarakt und das Richtfeuer von Ridoraner Orte, denen sich niemand nähern sollte. Jeder Ball von Heimer weiß das. Nicht wenige waren deshalb gegen die Expedition. Der Reddus ist nicht von hier und kaum mit unseren Legenden verwurzelt. Er sah keine Gefahr. Jetzt sind du und deine Kollegen also an der Reihe mit dem Himmelsfahrtskommando. Das Richtfeuer steht in der Jagd. 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 Keine Chance per Luftschiff. Aha. Wir sind fertig mit den Reparaturen an der Strahlt, Grupo. Vom Luftschiff-Germinal aus kann es jederzeit losgehen. Grupo, ist es etwa ein jagdfähiger Flugstein? Den werde ich sofort integrieren, Grupo. Die Strahle kann nun Jagdregionen überfliegen. Was auch immer das für Regionen sind. What? Ein echter Glücksgriff. Mit dem modifizierten Flugstein sind Jagdregionen kein Problem mehr. Dann kann es ja oft zum Richtfeuer gehen. Das Richtfeuer ein gigantischer Leuchtturm am Bredoraner Ratterakt. Er liegt südöstlich von hier in der Jagd Naldor. Ein gefährlicher Ort. Well, well, well. Thanks for your advice, Ricky. Okay, dann wollen wir mal so ein bisschen mal gucken, was jetzt abgeht. So. Reddus. Reddus. Hat Reddus irgendwelche geilen Sachen dabei? Hm. Zumindest hat er hier den höchsten Level. Aber das heißt ja nichts. Wahrscheinlich Gastlevel ist plus 1 von dem maximal. Keine Ahnung. Ich hätte es mal so ungefähr. Also entweder gehen die davon aus. Okay. Äh. Ja, doch. Ich denke mal. Die haben einfach mal gesagt so. Okay. Von dem Charakter in der Gruppe, der das höchste Level hat. Ja. Da einfach Reddus Level plus 1. Also einen drüber. Irgendwie. Keine Ahnung, warum ich das nicht richtig erklärt bekommen habe. Äh. Aber ja. Irgendwie funktioniert es gerade wieder nicht. Ähm. Denn meine Batterien für heute sind schon relativ gut aufgebraucht. So. Äh. Aber. Aber. Ich bin noch bereit zum Zocken. Aber sowas von. Nur nicht mehr zum Vorlesen und Denken. Ähm. Jesus. Ich mache so viel Palabra, dass ich immer wieder total verchecke, wohin was geht. So. So. Und wir haben ja eigentlich hier bei der City auch noch gesehen, dass wir hier eigentlich an einem Ort nach oben gehen können. So. Das ist der Gambit-Typ. Der Gambit-Typ. So. Den ignorieren wir einfach mal. Zauberin ignorieren wir auch einfach mal. Boah. Wir sind ja eiskalt heute drauf, ne? Einfach mal ignorieren. So. Wir hatten gesagt vorhin, ähm. Oder was hatten wir? Was heißt vorhin? Das letzte Mal, als wir hier waren, ja. Da sind wir nicht nach oben gegangen, weil Grund XY, ich bin mir gar nicht sicher, aber jetzt tun wir es. Ich gehe jetzt einfach mal nach oben, um einfach mal zu schauen, wo ist hier was? Und ich sehe hier also, dass da hinten ein Telepostein ist und, äh, genauso weiß ich sogar nicht mal, wo genau wir eigentlich hin sollen. So. Wenn wir wollen, äh, können wir uns auch einen Schokobo mieten. Allerdings, äh, sehe ich einfach mal eben davon ab. So. Wir speichern hier nämlich erstmal eine Runde ab. Äh, aus welchem Grund habe ich jetzt eigentlich Steckplatzdings gewählt? Keine Ahnung. So. Aus welchem Grund speichere ich immer auf einen neuen Slot? Brauchen wir auch nicht mehr. Ist jetzt eigentlich egal. So. Denn wir erhöhen hier einfach nur unnötig einfach nur die Zeit, die einfach mal, ja, da mit Laden verbracht wird. So. C-Rubi-Steppel. Da waren wir doch noch nicht, oder? Ich will mir das jetzt einfach mal angucken. Warte mal. Achso, ne, da war nichts Ungewöhnliches dran. Da habe ich mich gewundert, wieso laufen wir halt nicht mit Warn rum, aber normal, in der Stadt laufen wir halt mit Warn rum, weil Warn ist unser Hauptcharakter. Ja. Die C-Rubi-Steppel. Also, eigentlich ja, heißt es ja, bla bla bla, wir sollen hier und da hingehen, ne? Hier, mit der Strahlung sollte das Richtfeuer zu erreichen sein. So. Nun bin ich aber hier und weiß gar nicht mal, was ich hier, was ich eigentlich will. Denn ich brauche hier eigentlich so gesehen nichts, oder? So, mir würde einfach mal ganz kurz interessieren, äh, ja, eigentlich nur Analyse, in dem Sinne. Äh, Klauen brauche ich jetzt eigentlich, glaube ich, eher nicht, aber, oh, warte mal. Ich glaube ja, dass diese Gegner, die hier sind, sehr, sehr schwach sind. So, aber ich musste ja, glaube ich, aber auch nicht mal hin. Ja. Wie viel XP geben die mir? 437. Joa, das ist schon, das ist schon mager. Aber wir können ja trotzdem einfach mal so ein bisschen hier rumlaufen und wenigstens mal ein bisschen gucken hier, was da abgeht. So, ihr habt ja Aero. So, hier habe ich ja von lieben Zuschauern den Tipp bekommen, Fernangriff zu machen, wenn ich die Technik hätte, aber ich bin mir ja sehr, sehr, ja, der Überzeugung, dass ich sie nicht habe. So, das heißt, zunächst einmal müsste ich dann wahrscheinlich zu einem Technikladen. dort muss ich dann, äh, dann muss ich auch erstmal, äh, ja, mit dem jeweiligen Charakter das gelernt haben. So, wenn ich jetzt einfach mal Lizenzen gehe, ne, und ich gehe einfach mal auf Ash. Ähm, so, wir haben hier, sm, smazia, smazia, warte mal, haben wir gelernt, so, hier haben wir noch so bestimmte andere Teile, die wir ja eigentlich theoretisch ausfüllen können. So, gucken wir mal unter, was eigentlich diese Techniksparte ist, beziehungsweise die Techniksparte, die habe ich ja eigentlich komplett ausgelernt, das ist ja eigentlich Quatsch. So, Fernangriff ist sogar eigentlich an der, oder ist eigentlich die letzte Lizenz. Anerkampfangriffe werden aus der Ferne ausgeführt. So, dann ist, muss nur noch geklärt werden, okay, wo kriege ich das? So, bevor wir jetzt wirklich weitermachen, bevor wir Dead Doom, hole ich mir das, wenn es hier denn so ein Techniktypen geht, äh, gibt's, existiert. So, hier, das ist hier Audis Tricks Kiste, so, wir haben im Moment, wie viel, äh, wenig Kohle, das muss man dazu sagen, aber, äh, ja, ich hole es mir jetzt trotzdem einfach mal ab. So, denn, damit mache ich die Gegner natürlich um einiges, um einiges viel schneller kaputt. So, und warum soll ich mich selber kastrieren, wenn die Möglichkeit hier offen steht, so. Ja, nur muss das halt eben hier auch verkauft werden, so, und das kann ich jetzt halt eben nicht gewährleisten, weil ich habe absolut keine Ahnung, ob sie das hier haben oder nicht. So, ähm, ich verkaufe einfach mal Eisbrand, weil ich denke, niemand wird hier Eisbrand benutzen. So, ich weiß gar nicht irgendwie, woher dieser Tick herkommt, dass ich am liebsten, ja, nur Duplikate wegschmeiße und jede Waffe einfach mal so, ja, als Unikat im Prinzip bei mir behalte, brauche ich nicht mal. Ich weiß gar nicht, warum ich mir den Terz mache, denn, eigentlich, wenn man das genau nimmt, gibt es hier wahrscheinlich genug Sachen, die man jetzt einfach verkaufen kann. Aber ich bin jetzt einfach mal auch ein bisschen vorsichtiger damit, glaube ich, bestimmte Sachen einfach zu verkaufen, weil wir später generell auch eventuell Items sammeln müssen, wie zum Beispiel für das Sonnenschwert, wobei ich nicht, keine Ahnung gerade im Moment habe, was überhaupt für Items dazugehören. An sich habe ich mir auch eine bestimmte Farmquelle schon kaputt gemacht, indem ich auch diesen Adramalich oder so, wie auch immer, die Esper gekillt habe. An der hätte man ja auch irgendwas farmen können oder so. So sagte man mir das jetzt in den Kommentaren. Also das ist jetzt eigentlich nur das, was ich von euch, von jemanden von euch gelesen habe. So, und, ähm, Luxus, Luxuspelze sind echt so gut verkaufbar. Das ist unglaublich. So, Dunkelkristallit. Naja, ich könnte es verkaufen. Ich könnte, ich könnte so vieles verkaufen. Das ist alles so, alles so wertvoll, aber ich brauche gar nicht mehr Money gerade im Moment. So, hier haben wir, gucken mal, Reanimation opfert die gesamte HP, TP, um einen kampfunfähigen Gefährten wiederzubeleben. Okay. Äh, also sterbe ich selber dabei. Ja, toll. Das macht ja, das macht erst vielleicht, also das macht vielleicht dann Sinn, wenn man einfach einen Crap-Charakter hat, ja, der die Technik irgendwie hat oder so, ne, gelernt hat und ja, dass man im Prinzip dann, nein, irgendwie ist das total dumm, glaube ich, oder? Also, wenn das auf DTP auf 1 setzt, irgendwo noch okay, schon scheiße, aber irgendwie noch okay, aber so, wenn man dann direkt stirbt, ist doch dumm. so, okay. Ja, du, ähm, ich würde ja gerne die Technik holen, aber wenn ich mir die nicht holen, holen kann, weil ich nicht weiß, ja, äh, warte mal, ach, Sekunde, Sekunde, hat er nicht gesagt, hatte er nicht gesagt, man kriegt das in der Totenstadt am Bude ist, war das der Händler? Moment, Sekunde, wobei, da könnten wir sowieso einfach mal bald einen Abstecher, sag ich mal, hinmachen, ähm, ansonsten gucke ich jetzt einfach mal gerade auf unsere, auf unseren schlauen Phones, ihr kennt ja alle unsere tollen Smartphones, so, bevor ich das jetzt mache, Moment, ah, Moment, äh, mh, mh, ich gebe mal ein Fernangriff, nein, nicht Fernsgriff, nein, auch nicht Fernsgriff, mein Gott, mit meinen Wurstfingern, was ist denn los? Äh? So, gucken wir mal, Ferneingriff, Final Fantasy 12, so, ähm, sowas Unprofessionelles, ne, einfach während der Aufnahme einfach googeln und euch einfach mal, einfach mal, ja, einfach mal, wie heißt denn das? Ah, toll, Totenstand am Bude ist, okay, aber, ich habe ja nicht meine Ahnung, sage ich mal, wo das ist, hm, das tut jetzt witzig, dieses, hm, ja, okay, also rein theoretisch kann ich das natürlich machen, warte mal, so, wir gehen aber mal zum, wir gehen jetzt einfach, einfach zu Totenstatt Nabudis, so, es kann natürlich sein, dass ich jetzt, überhaupt, keine Ahnung habe, oder, ja, im Prinzip, das habe ich sowieso nicht gerade, aber, dass wir den Shop nicht finden werden, aber wir gehen trotzdem einfach auf Reisen, wir gehen da jetzt trotzdem einfach rein, so, und vielleicht finden wir den Händler ja einfach, einfach so, mir nix, dir nix, so, hoffen wir mal, dass wir da nicht den Kürzeren, äh, ziehen und so, so, wir machen es einfach, oder, also ich meine, was haben wir schon zu verlieren, außer zu sterben und so, aber das ist so der Standard, also ich meine, hört sich ja nicht wirklich abschreckend an, oder, einfach nur verrecken gehen, hm, ne, 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 das, äh, klingt eher wie so nach, wie so eine Herausforderung, so, Sturz, wieso habe ich, genau, wieso kümmert sich niemand um mich, so, da werden wir wieder in der Totenstatt Nabudis, meine lieben Freunde, irgendjemand ist in die Falle getreten und stirbt wahrscheinlich jetzt gerade in diesem Moment, so, Fran, so, Fran, uah, Jesus, meine Fräse, aber das hat doch vorher nicht so viel Schaden gemacht, das wundert mich jetzt gerade ein bisschen, hm, so, Moment, bevor ich es wieder vergesse, da gibt es noch eine ganz andere Sache, die ich hier anpassen könnte, müsste, hätte tun, scheiße, immer noch dieser kleine, hässliche, Reizhusten, so, Moment, sie hat noch einen freien Slot, deswegen, äh, gegen am Blickfeld, so, ja, na, gut, also, dann müsste man das am besten aktivieren, so, bevor ich es einfach mal vergesse, ne, können wir anmachen, solange ich den Slot nicht brauche, so, Priorisierung liegt auch da erstmal, mhm, so, bei Penelo genauso, ah, da liegt der Hund begraben, und zwar, fehlen mir hier freie Slots, definitiv, so, was kann ich denn austauschen, Perseus theoretisch, ne, Medica, ja, wie ich das hasse, ich hasse es auf Sachen zu verzichten, aber worum verzichtet sie denn, so, guck mal, sie hat Ballum, Ballum, Prozess, da, wir, Medica, Kronus Träne, sie hat sogar etwas, was Dings nicht hat, Perseus, auf Perseus verzichtet sie sicherlich, hm, kann man natürlich machen, muss man nicht, kann man machen, so, ja, na, Perseus auf den Gegner zu machen, wäre jetzt glaube ich nicht so klug, aber, ja, so um den Dreh, so, ich hoffe, warte, es gab doch hier auch eine Sache, die das verhindert hat, dass man in Fallen tritt, oder, oder deckt Fallen auf, oder wie war das, okay, das ist jetzt irgendwie scheiße, was war denn das, was verhindert denn, bitte schön, dass, äh, das Fallen nicht getriggert werden, es gab doch solche, es gab doch definitiv ein Accessoire, was das macht, habe ich das nicht, und wenn, ja, warum, komm, scheiß mal drauf, dass sie XP kriegt, oder, na, wobei, sie braucht XP, hm, das ist ärgerlich, man, ich mag sowas nicht, hä, aber wo war das nochmal, wo hatte ich das gesehen, mit den Fallen, was geht bei denen eigentlich ab, was ist das eigentlich, das ist eigentlich für ultra, super, duper Special Effects, so, Reddus, oh, Reddus blockt einfach eiskalt, Reddus ist ja nice drauf, okay, der Reddus, Reddus ist fast tot, aber ich mein, guckt ihr euch an, wenn ihr einfach mal die hässigen Teile hier durchtankt, oh Gott, ey, ich glaube, was wir hier gleich machen müssen, ist auf jeden Fall, Frame Limit aus, weil sonst kommen wir ja in 10 Jahren nicht weiter, und das Schöne ist, wenn man gar nicht weiß, wo der Händler ist, ja, gut, dann muss ich aber vorsichtig, äh, laufen, ja, gut, oh, das ist doch nervig, so kann ich doch nicht, so kann ich nicht arbeiten, echt nicht, das ist echt verdammt doof so, wenn ich hier einfach jedes Mal so halb sterben gehe, ja, jetzt verreckt doch, was ist denn da los, verfehlt, 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 so, keine Ahnung, ich laufe einfach mal hier am Rand, ich denke mal, dass am Rand eher weniger irgendwelche Fallen sind, zumindest hoffe ich das, so, sehr geil, so, Moment, ich gehe jetzt einfach mal hier gleich nach oben, aber erst bei der nächsten, so, denn, ich habe ja rein theoretisch keine Ahnung, keine Ahnung, wo der Shop ist, könnt natürlich auch im Internet gucken, aber, wir lassen das Internet einfach mal kurz Internet sein, denn wir sind jetzt gerade einfach hier, hier und jetzt, und, äh, ja, wir tryen uns hier so ein bisschen durch, oh mein Gott, ey, wenn das HD Remaster, äh, was heißt HD Remaster, ja, doch, im Prinzip schon, wenn, äh, das HD Remaster von Final Fantasy 12 rauskommt, dann werde ich mich auf jeden Fall freuen, dass diese Funktion, die wir hier haben, was zur Hölle ist das, äh, Schatz, ah, okay, Pandora, Klumpenerz, Pandora's Box, Fragezeichen, äh, äh, ja, äh, wie auch immer, äh, hier ist Wasser, hab ich schön festgestellt, oder, dass da Wasser ist, so, aber diese, das, was wir hier gerade machen, mit diesen Framing mit aus, äh, das gab es, also wie gesagt, schon so beim, so der Job System, und, äh, ja, ich werde das auf jeden Fall, total beherzigen, wenn ich das dann auch tatsächlich in der Final Version machen kann, äh, ja, genauso wie mit dem Imulator im Prinzip, mega nice, so, ich mein, das, das macht es einfach so viel leichter, das macht einfach so viel leichter, beziehungsweise, was ist leichter, leichter wird dadurch nichts, es macht es, es verschnellert es einfach nur so ungemein hart, so, bis jetzt hat sich noch keiner beschwert, dass ich eigentlich, äh, den Friend Limit ausmache, deswegen gehe ich mal davon aus, dass ihr das einfach so, hinnehmt, na, oder das, zumindest das Positiv so hin, ja, weiß nicht, wobei positives Feedback habe ich dazu noch nicht bekommen, aber ihr könnt ja mal gerne schreiben, was ihr eigentlich davon haltet, so, ich finde so, wenn es angebracht ist, also wenn es nicht angebracht ist, sollte man es ausmachen, aber, bei sowas hier, hier waren wir ja im Prinzip zusammen, hier bin ich ja so ein bisschen durchgerannt schon, und, ja, ich zähle das mal, hinzu, äh, Entschuldigung, zu dem Punkt, dass wir, ihr das hier schon, in gewisser Weise, schon gesehen habt, so, Moment, also hier, soll ich nicht hingehen, ne, doch, ich, ich hab den Drang einfach mal zu gucken, was denn in der Ecke ist, nichts, ne, okay, ich verstehe das gar nicht, Ash hat einfach volle MP, und das einfach nur wegen Auto-Attacks, glaub ich, oha, 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 da haben wir hier was, da haben wir ja was, da haben wir hier die, das eine Viech, so, ich will aber erstmal, dass diese Dinger hier kaputt gehen, so, ist von mir jetzt erstmal Max Prio, bevor wir hier das Pferd weiter kaputt machen, Aua, 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 der Ding ist ja hart drauf, ey, ja, was mach ich denn jetzt hier, ich will eigentlich nur das Single-Inplant machen, einmal, danke, oh Gott, hmm, ja, na, Moment, eine Sekunde, wir haben noch hier zum Beispiel Regener, das würde ich am liebsten einfach auf alle drauf ballern, Vigra, Ah, schön, eine Sekunde, so, schön, jetzt müssen wir einfach nur das Dings wegkriegen, wir haben doch bestimmt noch irgendwelche Sachen, die direkt Dings erteilen, oder? So, Levetiger, na, war irgendwie mehr für Nahkampfangriffen, ach so, ähm, wir probieren einfach mal was, und zwar, wir sind ja so ein bisschen Trickser, so, ich weiß natürlich nicht, ob das Ding nicht einfach theoretisch gegen alles immun ist, aber hey, Versuch, macht klug, ähm, Allheilmittel, das Ding, bitte, Gemach und Öl, so, okay, schon mal interessant, das Ding hat jetzt, wir haben gemacht, äh, es hat gemacht, ähm, finde ich schon mal gut, so, und dann kann man das Ding wieder wegschmeißen, in gewisser Weise, was hat eigentlich so gute Werte gerade aufgewiesen, aufgewiesen, ach so, ja, okay, morgens bitte, so, hast, finde ich ganz gut, dass Fran das wieder macht, ja, theoretisch, ja, wäre definitiv einfach, wenn ich das auch machen würde, ja, das kann man, kann man wohl machen, ups, das ist aber Zeitmagie, hast, Vanitas, TP, werden nach einer Zeitfrist auf Null gesetzt, Stein, hm, ich glaube, bei dem, bei dem wäre sogar Reflect ganz gut, wenn ich sogar dazu überlege, naja, wie auch immer, befreit mich, ich kann nichts machen, hm, bin ich jetzt geheilt, ja, ich bin geheilt, bleib, nein, nicht Blinker, geh weg mit Blinker, mach das Ding kaputt, jetzt, wieso hat das Ding einfach plötzlich so eine, so eine große Abwehr, haben wir die ganze Zeit zu wenig Schaden an den Dingen gemacht, ach, glaube ich nicht, yay, wir haben es kaputt gemacht, dafür gibt es 13 LP, und eine stille Grimore, was jetzt irgendwie nicht so ein solanderliches Item ist, denn wir haben das eigentlich schon öfter erhalten, wenn ich mich jetzt nicht, zu eine Million Prozent täusche, okay, sehr gut, so, das Ding hätte ich auch bestimmt einen Schnelldurchlauf einmal wegklatschen können, so, es war erst das böse, böse Stalker-Fährt, aber, jetzt konnten wir es wenigstens kaputt machen, und es war gar nicht so, so, so gemein, oder so hart, er gedacht, es war schon stark, aber, nicht so stark, ja, im Prinzip ist hier aber Ende im Gelände, das, was jetzt hier kommt, ist, äh, schon recht fresh, aber hier sieht ja alles gleich aus, ach, so, kommt her, meine lieben Gegner, es kommt her, schade, dass ich nicht irgendwie abgeben machen kann, oder so, MP einfach mal auf einen anderen Charakter übertransferieren, das würde Sinn machen, finde ich, also, wieso sind hier eigentlich wieder überall Explosivfallen, äh, fallen, gefällt mir nicht, so, das Ding, klar, Einkerbung, was, was, die Einkerbung ist von der Größe einer Medaille, in ihrer Mitte ist das Wort Liebe eingraviert, mh, okay, warte mal, wenn ich eine Medaille hätte, wird das so schön gehen, ne, na, gut, dass ich keine Ahnung habe, was das für eine Medaille ist, die man braucht, ne, das ist doch schon mal ganz gut, beste Voraussetzungen, was greift ihr schon wieder an, irgendwas, ihr habt euch schon umgedreht, bevor dieser Gegner vor uns kam, oder kommen die einfach immer aus dem Nichts, na, die kommen sicherlich einfach alle aus dem Nichts, so wie die hier, was ist denn los mit euch, so, die haben einen, ja, generell hohen Reflexwert, muss man schon sagen, oh, krasser Zauberpanelo, der ist wahrscheinlich auch arschteuer, ne, diesen kranken Heal da auszuhauen, ja, gut, ich habe dieses Verlangen, einfach alles zu ignorieren, was hier rumrennt, so, um einfach, weiterzugehen, so, da ist Esergasse, deswegen gehe ich hier einfach nach oben, wow, Überraschung, wir gehen nach oben, wie kommen wir denn zu der Ehre, so, chillt mal mit eurem Dings, brauchen wir nicht, äh, unten schon mal falsch, gehen wir mal mal hier lang, so, laufen wir mal irgendwie am Rand, ich gehe mal davon aus, die sind weniger fallen, huch, war das gerade irgendwie eine Truhe oder so, ne, aber nichts irgendwie, was ich öffnen kann, ne, das ist nur, einfach so das Verfahren da, in der Ecke, ich glaube nicht, dass man die wirklich anwählen kann, ach, Leute, macht kaputt, die Teile, Dankeschön, so, wo versteckt sich jetzt dieser komische, knechterische Händler, nur wegen dem sind wir ja eigentlich erstmal hier, irgendwann mal, sind wir natürlich auch hier, um einfach mal zu gucken, was hinter diesen komischen Türen da steckt, aber bis jetzt, beschränkt sich das alles noch hier, auf Dings, auf Mops klatschen und, suchen, ja, ich renne hier mit Speed rum, ist mir egal, so, was heißt das, das heißt, nirgendswo ist irgendwas zugänglich, okay, ach, diese hässigen aus dem Licht, komm mal, ey, hallo, das scheint ja irgendwo hinzuführen, wo gehe ich wo lang, muss ich Angst haben, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, egal, wir gehen, die Nabriss-Sümpfe, die Nabriss-Sümpfe, hä, das ist ja irgendwie ganz cool und so, dass wir jetzt hier sind, aber, hä, das wollte ich eigentlich nicht machen, also gut, dass wir die Sümpfe aufgedeckt haben, ja, unter anderem ist das eine tolle Sache, aber, das ist nicht unsere Mission, unsere Mission ist es erstmal hier, diesen Händler zu finden, oh Mann, ey, und der Händler, vielleicht ist er ja auch, vielleicht ist der Händler ja auch hinter einer Tür, Na toll, Klasse, ich glaube, ich bin jetzt hier total useless rumgerannt, weil, das war es auch schon mit der Totenstadt Nabriss, denn, weiter komme ich nicht, weiter komme ich nicht, ich muss also in eins dieser Dings Türen rein, um den Typen zu finden, ja, geil, ja, geil, aber, 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 aber was denn, ey, okay, also, irgendwie verstehe ich das nicht, oh ja, klasse, toll, so, scheiße, oh Mann, kann sich irgendjemand erinnern, wo ich diese, wo ich diesen komischen Mimik da getötet habe, diese Pandora, äh, 2000 Jahre später, so, kennt ihr noch diese gute Ort hier, ist das nicht schön, da machen wir mal weiter, kennt ihr noch dieses Scheißfisch, sicherlich, ne, so, wollen wir das Ding doch einfach nochmal platt machen, oder, weil es, weil es so schön war, und nochmal um zu zeigen, da, hier, da oben, einfach rechts in den Gang rein, so, und wenn man hier ist, und das Ding platt macht, ne, tja, dann muss man hier irgendwas machen, aber was, weiß ich auch nicht so genau, so, was zur Hölle, puh, geh mal kaputt tun, geh mir nicht auf die Eier, so, dann sagt man, eine Säule, und, man sieht hier, Fragezeichen, Fragezeichen, hm, hm, Hossa, ach ja, und dann bietet er an, die Rüstung Maximilian, was übrigens mega geil ist, weil die einfach nur mega, ultra super, ach, duper OP ist, äh, OP ist, und, ähm, ja, wir holen uns erstmal, warte mal, gucken wir erstmal hier, Fernangriff, das ist erstmal sehr, sehr, sehr gut, das werden wir uns erstmal holen, jetzt haben wir auch schon mal das, das, was wir überhaupt hier, überhaupt holen wollten, was sehr, sehr schön ist, so, dann gibt es hier noch den Schutzring, der hat Regener, ist allerdings eigentlich sehr, sehr schwach, hm, ich würde mal lieber Maximilian gönnen, so, das gebe ich dann aber auch, äh, Fran zum Beispiel, Fran, so, und aber auch, die liebe Penelo, die kriegt das auch, so, ich könnte es mir theoretisch ja nochmal lohnen, aber das brauche ich nicht, wenn dann, würde ich das immer traden, so, und Schutzring, ich, ja, ich, ich, ich hole den mir einfach nochmal, einfach mal, ja, aus, aus Spaß könnte man sagen, eigentlich genau genommen aus Spaß, awesome, ja, hau rein, so, gut, also, wenn man was braucht, einfach hier, gerne bei dem Typen melden, dann hat man's, so, und ich, meine lieben Freunde, ich mache an diesem Punkt jetzt erstmal ein kleines Boyskin, und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal, und haut rein, und dann sehen wir uns erstmal, äh, ja, wieder in der, Hafenstadt wieder, ich renne hier nämlich jetzt einfach mal ein bisschen raus, ja, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal,